Entschuldigung. So, hast du Baumsamen? Sieht irgendwie nicht so aus, ne? Ktoffeln. Kobern habe ich selber. Celiumsamen zählen mit. Ktoffumsamen. Ich nehme das mal mit. Bisschen Blume dafür. Jo. Du hast entdeckt. Wiesenbrücken sahen. Juhu, kenn ich mal nicht. Komm mal da hoch. Ich habe bestimmt genug Stellen, wo man einen Baum pflanzen kann, oder? Oh, 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 oh da. Wer weiß. Dann darf ich auch das Gebiet nicht verlassen. Ja. Du hast was gebracht. 91 Prozent, toll. 80 Prozent Bäumen. Waren dann 5 Prozent jetzt, oder? Ich glaube. Irgendwie so weit. Hüpp. Und hüpp. Und guten Tag. Mehl. Völlig mit Mehl. So Baumsamen. Das ist so ein komischer Stern, wie die Dinger hier. Hm. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, ob es so ist. Wäre ich jetzt anpassen. 81 prozent okay kohl und so oder so hier geht's nicht zufällig lässt mich der angler irgendwann in ruhe wenn ich einfach oft genug angeln aber ich gehe noch mal an alle guten dinge sind drei oder so ist so ein witz glänzfüchse haben einen bestimmten ruf der person bedeutet ok ok und hoffe dass der irgendwann ruhe gibt der kann der kann so bin ich besser ja ok schon immer noch ein paar sahen ja du also ich seh trinken ich hole es gleich was war das für eine hüse schatten okay wo 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 was ich hole da streng einen sekunden Sekunde. 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 Ich hab's gleich. So. Drinken. Mämm. 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 Kopfverkärchen. Mämm. Annehmen! So. Gibt's hier einen Trick bei der Queste? Hä? Ah! Ich muss kurz sagen, warum bewegt sich mein Ding nicht, aber... Ich hab's schon verstanden. Hup! Hm? Ja? Neuer Rekord! Fünf Sterne Dipfisch! Schon wieder! Komm her! Und einen Stern Dipfisch! Oh, ist das ein Riesentrümmer! Der wollte aber dringend zu uns, ne? Verschein! Ja! Ich schaff da! Ich schaff da! Ich krieg da hin! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Ein Königsfisch! Das ist der König der Fische! Ruffy will König der Piraten werden, aber das ist der König der Fische! So! Nach 60 Sekunden! Juhu! Das hab ich letztens gelesen! Jedes gute Spiel hat ein Angelmini-Spiel! Oh! Ich hab' ein Königsfisch! Oh! Ich hab' ein Königsfisch! Oh! Ich hab' jetzt gar nicht mitbekommen, dass der da angebissen hat! Hallo? Noch ein Dipfisch! Einen schaff ich noch! Einen schaff ich noch! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm her, du Mistfee! Weiß an! Ja! Verdammt! Ey! Ich hatte noch Zeit! Der war an der Angel! Den hätte ich noch angeln dürfen! Keine Sorge! Es ist noch mehr als genug Fische im Meer! Was? Ah! Ah! Was? Drei Minuten, zu viele Fische fangen wie möglich! Ich, 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 ich... 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 Ich hab' verloren? Wie?! 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 Komm her, komm her. Vielleicht eine gewisse Anzahl, können sein, wahrscheinlich. Wenn ich mich jetzt frage, braucht man immer so einen mehr wie sonst oder? Wäre schön zu wissen, wenn man wüsste, wie Piepenfische man braucht. Komm, schütt nachgucken. Komm jetzt her, du bist Vieh. Danke. Die Prinzessin sind Fisch. Komm her, Fischi, 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 Fischi. Komm her, Fischi, Fischi, Fischi. Ich hab nicht so viel Zeit. Du brauchst mehr Fischi. Komm her, Fischi, Fischi, Fischi. Komm her, Fischi, Fischi, Fischi. Fischi, Fischi. Fischi, 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 Fischi. mehr für die pfischüste kommt ja was für den fangen du hast den wettbewerb geworden wir haben jetzt einen echten meister fischer gegangen kommt abgeschlossen angle ich hab kein bock mehr der ist doof jetzt dahin damit fahrt ich mich ja auch noch um da waren 95 prozent das 91 steinbrücke und der brauer Gehen wir noch mal oben ins Schneegebiet. Aber wie gehst du zurück zum Köpfchen? Schade. Äh, ich muss von der anderen Seite hoch, ne? Ich glaube ja. Mhh, nackt. So. All zu viel Zeit haben wir auch nicht mehr, ne? Ach ja, ach ja. Ich schon. Ich nicht. Nein. Ui. Yo, mein Rucksack ist voll. Hier wird man am besten Zeitlos, indem man sich die Haare aufhärbt. Ich wollte das Opal mal testen. Tada! Ist das Ding eingesammelt? Ich hoffe es. Guck, es war nämlich ein Samen. Okay. Ding ab nach dahinten. Höran kann alleine kochen. Aber ich habe auch Hunger. Das da brauche ich. Bänder. Bänder. Das habe ich mir zumindest ein bisschen gemerkt. Wie viele Bäume, ein paar Quests. Baum. Kann ich hier was antpflanzen? Ne, überhaupt nicht. Steht nur so aus. Ich habe mich voll angelogen, dass ich... Ach so. Nee. Ich habe noch ein Kleber. Oh, ich brauche noch ein Wasser. Kann ich noch ein Wasser herstellen? Ja! Wobei? Da. Nee da. Hier. Okay. Das wird mir so eine blöde Celiumblume. Ich glaube es sagt. So toll. So gar nicht mehr was ich herstellen wollte. Hupsch vergessen. Das da! Ein Schreiner-Set und so ein gebogenes Ding. Dafür brauche ich Kleber. Ein Schreiner-Set. Dafür brauche ich eine Celiumblume. Oh Mann. Es hätte so gut laufen können. Aber nein. Immer fehlt irgendwas. Immer fehlt irgendwas. ist. Ich muss da vorne rein. Mal gucken, was die Händler da unten haben. So. Hallo! Hier da unten. Die Händler unten. War das das letztes Mal auch schon? Ich glaube ja. Heidu. Juhu. Oh Gott, no one! Nein, ich hab zu wenig. Men. Der hat auch einen Horn. Der war ein Einhorn. Oh Gott, du hast eine Celiumblume. Gib sie her! Gib sie alle her! Okay. 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 Okay, 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 okay. Ich hab noch so einen Baumsamen. So einen Kartoffelsamen. Das bringt mir nix. Das auch nicht. Das auch nicht. Nein, das auch nicht. Oh, das bestimmt. Und das. Und das. Und das. Und das. Und der da. Oh, und der. Und das. Wenn ich die Blumen kaufe, will ich keinen Kleber mehr. Ich mach den Kleber selber. Äh, 15. Hier im Bleiererz. Du hast zu wenig. Katzenohren? Ja. Okay. Weg damit. Ich brauch Platz im Inventar. Ich geh in der Hard hole. Das ist er. Und das ist er. Und das. 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 Geht doch. So, wobei? Ach ja, ähm. Was hab ich jetzt? Ich wollte... Kleber herstellen. Und ich das da machen kann. Und ich mach das da. Und dann kann ich das da machen. Und den. Kann ich jetzt auf das. Feld stellen. Ja. Das ist eine gute Idee. Okay. Zurück zur Welt. Ich muss da nur hoch hoch hoch. Was war das? Ach, war ne Axt. Ich dachte, das wäre ein Fragezeichen. Hä, was ist das? Weiß ich nicht. Christian. Den Baum. Und... Was Buch. Bauern. Ein Heim. Äh, du. aber wo jetzt bin ich irritiert und bäume zu pflanzen das oder pflanzen bitte ich will so ein eisbär da wohnen das waren eis hunde ne ach egal schmauzi komm her komm her